Fahrt hinten zur Laderampe. FBI und Polizei suchen nach vier Männern, die im Verdacht stehen, die staatliche Münzanstalt beraubt zu haben. Das Ding, das wir da drehen, wird ne Menge Wellenschlag. Wer wird denn gleich nervös werden? Hey, wir geben jetzt nicht auf. Da kommt ja mein Junge, liest aus, als könntest du nen Drink vertragen. Los, geh dich umziehen, wir müssen rüber zu Sammy, unseren Anteil an der Beute abholen. Und Georgie, da wir noch was zu erledigen. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Lass mich nicht im Stich. Zähl auf mich, Papst. Mach's dir was aus, zwei Meeren zu schenken? Ohne dich hätt's nicht geklappt, Sammy. Müßel 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 Untertitelung des ZDF, 2020